Hab den ich vermisst. So Leute. Willkommen zurück bei Minecraft City Survival. Der Alex muss kurz essen. Deswegen bin ich allein mit dem Black Ops Niklas. Hi Leute. Ey. Du hast mein Feld kaputt gemacht. Hä? Nein. Du hast mein Feld kaputt gemacht. Hab ich nicht. Doch hier. Da war was. Und da auch. Ja mein Bruder. Und da auch. Da auch. Ja mit dem Väter. Hallo. Boah bist du nervig ne. Das mein Feld kaputt gemacht. Komm her. Hä? Oh. Man muss doch mal mein Gott rein gehen. Ey das ist ja voll scheiße. Herr sagt ich höre. Okay. Also zuerst möchte ich alles mit dir reden. Und dann Marie. Das ist ja unten. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber leider. weil mein Täter nicht laden würde. Jetzt sieht da alles so scheiße aus. Oh mein Gott. Ich bin unter dir. Über dir. Äh über dir. Warum da? Ich bin unter dir. Du meinst unter mir. Vom Bier. Was für Bier. So. 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 Was mach ich hier. Warte mal zuerst. Warte mal zuerst. Wohin noch ein bisschen Glas. Hab ich noch Glas? Ja ich hab noch Glas. Ich hab noch viel Glas. Was. Was haust du immer. Verpiss dich mal. Irgendwann. Verpiss. Was. Warte. 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 Ich muss das alles von innen machen. Warte. Was guckst du immer bei mir. So. Hey. Okay du würdestu ja Stress haben. Hoi. Könnte mal aufhören. der Verlust in uns bauen der Sport auch auf als Prozent ja ich hab ich gleich beide weg in der Ferne St Stoichstuhl Spanierbeutel die Geschichte ließ so dass auch dauernd ich 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 da ich einfach zum ich das ist in juli in einem schlager doch auf und er macht auch da auch immer zu dir lassen nein ich bin jetzt unter nein als ich mich einfach karten k sind zuschauer die da ich habe keine Ahnung. Ah, noch jemand, hi! Moin! Wie geht's? Gut, dir so. Mir geht's besser als erwartet. Hast du mal wieder Bock auf MW? Äh, nicht MW, äh, Dings, WW2? Digga, halt dein Maul-Handy! Leck mich. Auf WW2, so eins gegen eins mit Sniper so ein bisschen. Du musst mir wieder runterladen, keine Ahnung, was du gelöst. Warum hast du WW2? Ja. Ich hab jetzt auch... also schon bisschen länger. Waus ist denn unter Wassereingang oder wie ist das? Na, ich mach meine Höhle ein bisschen anders. Eine Höhle, also. Ja, look. aber ich habe mein täterpack nicht drin deswegen sieht es ein bisschen scheiße aus und dass sie überall sagt das ist krache was machst du mit alex aus was machst du hier was macht der Weile hier da ja zu wieder später zurück wieder in die Torrenten weil das ist ja seins ich habe einen Goldapfel von ihm geklaut das ist von Diener wenn er jetzt immer noch nicht merkt ich habe einen Charmin geklaut von ihm irgendwie ist ja nicht so viel Platz keine Ahnung guck mal schaft er ihn versteckt gefunden hallo guck da auch um die Wand die Erbanken jetzt habe ich deine dir machen nein mach ne ich hab's voll geprankt alter ich hab's nicht in der Höhle was du da baust was denn das für eine Höhle was du da baust gar nicht in der Höhle aus guck mal ich hab seine Diamanten geklaut guck das darf man nicht guck sein Eisen guck und da ist mein kleines Haus geht ja gar nicht einfach Diamanten klauen ey ich baue mal auch bei Alex ein Haus aber eine obere Etage hä nein mach doch einfach irgendwo anders wir haben hier so viel Platz nein es ist nicht so oder warte mal ich guck mal ich bin ja bei Alex ich guck mal wo das ist hey ganz ehrlich Niklas komm auch kurz runter zurück tun zurück tun komm auch kurz runter ja warte ok ok und zwar guck mal mach mal hier äh bäume weg und dann bau da dein Haus hin oder so das ist halt nicht so die ganze Zeit auf einem Fleck die ganzen Häuser sind weil deswegen haben Alex und ich unsere Häuser auch nicht nebeneinander ja aber wenn man die ganze Zeit bloß die Sachen nebeneinander hat ist das auch gekackelt weil da wächst ja äh die ganze Stadt nicht wir wollen ja so eine richtige Stadt haben ich brauche Essen ja kann sie mich vielleicht mal einladen ich will die mein Skin zeigen das ist mega ja ich kann dich nicht einladen das nehme ich die Mann von Alex deswegen müssen wir warten bis dann mit dem Essen fertig ist man ich brauche Essen nicht Digger ja mein Masse mein Skin ist immer der beste also auf meinem Kanal hat mein Skin schon gesehen wie geil der ist und du sitzt das ah ich habe keine Luft mehr ich brauche echt mal Atmung auf meinem Leben hey aber ich habe gar keine ich habe meine Rüstung gerade nicht wo ist meine Rüstung hin ich habe doch immer mehr ok jetzt können wir anfangen zu streamen ja ich bin schon längst live ja ja moin ja mach's ja wir werden jetzt dann raus was machst du Mike hä was machst du ja schon mal schreiten ja schon mal schreiten ja schon mal schreiten ja schon mal schreiten was hat er hier gebaut ne na Alex äh er will so ein Schild äh machen ach ne ne will ja nicht verarschen da ist nichts geklaut da ist ja keine Sorge ja ne da hat nix geklaut schickt mal einfach ne Freundschaftsanfrage an Alex und dann er war was habt ihr jetzt jedes Gemälde abgerissen Niklas was soll der scheiß dann kannst du wahrscheinlich eher mit nein nein das ist äh das ist ähm ne ganz ehrlich mit dass dein Bruder fliegt am server so weiß jemand wie man diese Seelaternen Seelaternen weil man können normale Laternen unter Wasser leuchten nein ich meine ich will mich gerne da unten ein bisschen was auslassen weil es geil aussieht boah was machst du denn da ey Alex hat dein Tier ähm schwer zu ne der Typ der wird jetzt gekickt was ey junger jetzt nehmt da mein Monitor hey Digga wie kann ich denn jetzt halt ein Spieler vom Server kicken hier wird dir nix mehr angezeigt mein kleiner Cousin hat auf meiner Welt einfach ein Turm aus Bienenstücken gebaut nice ey weil ich mich überhaupt über die Bienenstücke herhaut ähm mit einer CicTouch Spitzhacke einfach abbauen ja aber in meiner Welt waren keine Bienenstücke hä doch irgendwo sind immer Bienenstücke ja aber ich wir waren vielleicht ist er ja ein bisschen rumgelaufen oder so oder so oder oder gescheatet weil cheat macht er das nehm ich auch immer gerne ja 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 ok Alex ein kleiner Cheatmeister ja so werde ich mich jetzt mal nicht äußern jetzt wird es noch viel schneller ab denn anweser als im hälp wuuh 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 Dein Skin ist geil. Ja. Den geh ich mal selber. Okay, du kannst bleiben im Haus. Mache Liebe. Jetzt ist der schon wieder hier, Alter. Maxi, wie kriegt man Leute vom Server? Weiß ich doch nicht. Du musst doch irgendwie kicken können. Äh, stimmt, ich bin ja auch Dings. Warte mal. Vielleicht... Nein. Huch, ich muss ja noch online gehen. Besucher. Minecraft. Ach, der ist ja eh Besucher. Ja, ich habe hier einen Besucher gemacht, dass er nicht mehr Scheiße macht. Der hat ja alles gegrieft bei mir. Niklas, hallo. Noelle, wo bist du denn? Ich bin auf einem schwarzen Pferd. Nein, ich sehe das. Ja, halt. Warum bist du auf einem Pferd? Wo haben die hier Pferde? Ja, ich sehe dich nicht. Ja, aber ich habe ein Pferde. Du hast Pferde? Das Pferd liebt mich einfach schon direkt. Also ganz ehrlich, Alex, jetzt mein No-Junkie, ich glaube nicht, dass du alles in Survival-Moth gebaut hast. Ja doch, doch, aber ich habe halt keinen Sattel, aber die Pferde waren leicht zu kriegen. Ja, wo geht es hier nach oben? Minecraft live. Aha. Ich kann seine Bilder abnehmen. Game sehen. Niklas, kannst du deinem Bruder sagen, ich soll mal kurz den Server verlassen, die wiederkommen? Ich habe was nicht gesehen. Ich habe was nicht gesehen. Hey, wie hast du denn ins Game gemacht? Hallo Zuschauer, was geht? Jetzt werde ich alles, wie hast du denn ins Game gemacht? Den gibt es kostenlos. Ey, wie macht es, bei Playstation Store oder was? Ja. Kann man das immer noch holen? Natürlich, es gibt auch noch so Highschool Girls oder Neon Girls oder Neon Girls. Muss man einfach bei Suchen Minecrafts in... Also wenn du auf Charakter bearbeiten gehst und dann auf die... So sind da ja Charakter im Playstation Store und da muss man einfach ganz sagen, dass irgendwie in dem Verlug steht. Nut? Ja, Nut. Ah, bei... Bye bye, ey. What the fuck? Alles stinkt aus meiner Luft. Wir brauchen endlich mal ein Nether-Portal. Kriege ich einen Apfel? Schön, dass die Hühner auch geklaut worden sind. Danke, Niklas. Sammel mal... Ey, Noel, was machst du in meinem Haus? Ich habe nur Blöcke eingesammelt. Die Stunde vor der Tür. Können wir uns bitte darauf einlegen. Ey, Noel, wenn du Blöcke einsammelst, dann kannst du bitte da auch die Blöcke einsammeln. Danke. Oh. Da. Und bitte Black Ops Niklas schlagen. Nein, ich habe nichts gemacht. Niklas? Ey, er darf nicht auf dem Boden. Er darf nicht auf... Scheiße. Niklas sagt deinem Bruder, bitte er soll... Hör doch auf! Geh weg von meinem Fate! Digga, mein Holz wurde auch geklaut. Ja, moin. Was vielleicht denn mit Essen für mich? Digga! Kannst du jetzt bitte deinem Bruder sagen, er soll das Spiel verlassen? Ja, ähm... Ähm... Warte, ich will... Ich will... Und außerdem... Niklas, du musst mir jetzt eine neue Hacke bauen. Dein Fehler ist aufgeblieben. Hast du fest? Okay... Entschuldigung, mein Mädel... ... jetzt soll ich verstehen. Ist das ein Freund von dir, Maxi? Ja. Okay. Niklas! Ey, diese Bedrocki-Tisch, jetzt packe ich meinem eigenen Tisch fest und komme nicht mehr raus. Niklas! Wo ist der denn? Junge, sein Bruder hat ja... Fast mein ganzes... Dings zerstört. Ja, bei mir auch. Er hat mein Feld zertrampelt, meine Gemälde abgebaut, meine Ästen geklaut, mein Holz geklaut. Er kann ja nix, äh... kaputt machen. Aber er kann auf den Feldern umspringen. Ich habe mir jetzt die Rechte genommen. So, Niklas, und jetzt brauchst du mir eine neue Hacke. Niklas, sagt dein Bruder, soll sich vom Server verpissen. Kran, er will nicht. Hä, was mach ich denn? Ich kann mir jetzt kaputt machen. Ja, natürlich kann er das Feld kaputt machen. Egal, kein Ärger ist. Oh, wie verkehlt man den Leuten in der Bedrock Edition, das kann ich mir nicht so schwer sein. Ich schau' ich heute mal im Internet noch. Einst, du in der Dreck! So, weg geht der ab. Junge! Sag ihm mal, er soll sich verpissen. Ist so, Niklas, sag ihm das mal bitte. Du musst doch auf Characke bearbeiten gehen, auf das Rechte davon und auf erhältliche. Denkst du, ich bin weg? Guck mal, ich komme wieder. Ja. Okay, ich guck mal. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Oh, das ist sehr weit unten, aber... Wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ist mir egal. Oh, ich kann respawn. Oh ja, ich bin jetzt wieder da. Ja. 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 Warte mal. Äh. Ist mir auch scheißegal. Ja. 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 ich muss mir auch mal ab ins haus das ist mein junger ruf digga niklas ich sag dein drecks bruder so verdammt noch mal aus aus dieser welt der sagt ja einfach verlassen drücken was mag ich vorher gibt doch das ist der bruder eigentlich für ein huren sohn wenn du es nicht machen ich hasse diese fetten bäume mit wem hat seine mutter gefickt dass so ein fehler auskam ich wusste ja sein bruder weil mein holz ist auch wirklich kreativ bauen bedrock gefängnis dann kann er dort chillen und ging mal wieder mein holz zurück ich will holz wurde die gestohlen keine ahnung da gebe ich einfach mal vier stecks oder so egal kann ja noch in kisten oder so reinschauen ich habe ihm gerechte alle entzogen niklas bist du noch da sagt dein bruder wird jetzt eingesperrt so ist er verräumt er kann sich mal daneben ich möchte ihn nicht mehr sehen ich möchte ihn gerne sehen ok aber schafft ihm auch seine sachen der Schwert und du hab'n spannenden genommen jungen weißt du hey das juckt halt einfach mal null ob er das Schwert noch hat oder nicht ok klasse sag mal Alex schafft seine sachen genommen ahn nein ja das gibt mich halt nicht was sehr hart ich kann mir die Sachen wiederholen oh warte mal hey warte mal ich hab' noch TNT warte ich muss schon so einen Startpunkt hier hinsetzen ich möchte irgendwie kreativ machen dass ich was bauen kann äh mach doch Dings wie in Gangs warte mal auf am besten nee ich mich ja nicht warum ey hab'n noch deine Sachen na kannst du dich mal kurz hier raus bauen Alex äh ah ok fertig Alex oder am besten teleportier mich zu meinem Haus warte magst du nicht gib dir jetzt halt mal dein Holz zurück na warte mal tu es da in die Kiste wo in die Holzkiste hier ja okay Alex hast du zufällig mal ein Schild oder so für mich ich will auch ein Schild ähm Namen so für Hausnummern Alex hast du noch ein Schild ah ok danke so zwei, drei Stück hättest doch Alex nur noch mit dem Hut guck mal ach ne Bar was ist denn das Alex geh mal bitte drei ey äh nein das brauch ich nicht nein nein ich brauch die von Dings wo man so raus fahren kann ah ok ey er fuckt so ab Junge wie ist der Typ oh Junge ist der Spacko wieder da na der ist noch reingesperrt das ist gut ok tötet die äh wir töten nicht den Bruder von Niklas weil weil er sonst noch anfängt zu heulen und das war nie das auch aber halt dass er halt nicht irgendwie außerhalb spawnen weil er ist gerade in seinem hübschen Gefängnis Alex äh kannst du so machen dass ich äh creative kann nein hä warum aber äh wir werden sich rausbauen ja weil sonst muss ich ja immer Sachen äh abbauen und darauf hab ich nicht genug hä hä das haben sie auch gemacht ich bin halt der eigentlich der hier kreativ geht weil deswegen heißt es ja City Survival genau 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 nein Alex was das was das für ein Treppen gehört boah jetzt kann ich jetzt meine ganze Sachen sortieren Niklas als Strafe weil du nicht auf deinen Bruder aufgepasst hast musst du mir jetzt Essen besorgen und mir musst du Holz besorgen also so Holzstämme genau ich muss du Holz besorgen no zwei Steaks von Eichnoth bitte damit was wird denn oder nein weißt was mir reicht einfach nur wenn du mir ne Hacke baust ey Niklas sagt deinem Bruder ganz ehrlich es juckt mich nicht wenn er so meine Diaz hat hat er sowieso nicht weil alle noch in der Kiste liegen jetzt spammt er auch noch den Tag-Chat voll boah jetzt noch scheiß Sex all so sich hat vielleicht doch wirklich warum man keine Spieler klicken kann kann man doch weißt du wie du gehst auf option nach dem spieler und dann wenn ich drauf gehen steht hier nur profil master skywalker und dass ich gerade mit dem typen zog aber sonst steht da nix meike zum hau auf alter ständesten mal in stadt 1 habe ich auch was er nicht funktioniert die alex ein essen danke fürs verrottete fleisch ist man und das das hühnchen nehme ich mal ein kartoniert reicht das kleine niklas ganz ehrlich waren muss manche so scheiße wenn ihn die was früher viel niedlicher ich starte die mit neu und dann stelle ich ein das freunde von freunden nicht reinkommen können überhaupt die später bock doch mal dann diese rum mitzubauen ja ich bin dabei war ich hab ja den hier brein das ist ganz schön nicht so ein kopf wo ist mein hero brain ganz ehrlich mein skin kann man nicht nachmachen doch so ich bin auf meine paket ich bin da wollte ich gar nicht drauf hey hallo was immer auf aua ein das ist das ist da oben steht doch ja okay das ist ja ein Alex durch weil Alex ich bin Ah, ich muss schon wieder machen. Oh, wer guckt diesen Scheiß? Ich nicht. Warum steht der Kopie von City Survival? Ich habe die Map mal kopiert, weil ich auf der einen Map wollte ich dann später diesen Horrorfilm, den auf der anderen wird dann normal weiter gespielt. Deswegen entscheiden wir uns jetzt mal, ob wir die Map als Hauptmap nehmen wollen, oder die Kopie als Horrorfilm. Ist doch egal, das sind beide selben Maps. Max. Gebrauch. Oder nicht? Ja, das sind die selben. Ja, siehst du. Boah, wer guckt dich jetzt? Rotarroll, Alter. Ich wette Alex. Ja, ich ne, die Zockera. Oh, ich hab heute Wasser. Nein, oder? Nein, oder? Ja, dann kann es dein Freund sein, Max. Okay, wir nehmen die andere Map. Zum richtig spielen. Weil ich hab keinen Bock da jetzt nochmal alles von neu zu bauen. Ich bin zwar Steve, aber ohne Hero-Brain-Augen. Du bist Steve ohne Hero-Brain-Augen, dann bist du Steve. Dann sag doch einfach, du bist Steve. Oder hast du gesagt, du bist Steve mit Hero-Brain-Augen? Kann ja auch sagen, ich bin Enderman ohne den Enderman-Körper. Dann bin ich eher ein Steve mit Enderman-Augen. Boah, das wird... Oh mein Gott. Ich Enderman-Körper-Skin. Ja, Max hier in vorn kann auch wieder joinen. Ja, ich join' zwar nicht. Ich versuch mal auch so beitreten. Weil ich... Irgendwie ging es grad nicht. Aber ich kann jetzt so reinkommen, weil ich muss über Party beitreten. Ah, ich kann jetzt so rein kommen, weil ich muss über Party beitreten. Wer macht denn irgendwas können? kaputt hat er denn keine dings haben ein kopfhörer kann sich keine kopfhörer leisten okay ich bin drin drin also so gespawnt die klasse auf mich zu töten wirst du sonst wo die Kino ich hab dich nur zweimal so nicht aus und nicht in der Lage ist ein Haus zu bauen gebe ich dir mal angeboten ich ich richte dir ein Zimmer ein okay nein lassen wir halten Haus bauen sonst wird unsere Stadt nicht größer ja schon aber der macht irgendwie nicht mit Kass jetzt ein Haus bauen gehen Haus bauen oder Herr Spau halt st ja dann hol sie doch oh kein kräftiges mehr dann ich sag mir jetzt mal ein paar Waffen dann gehe ich auf die Jagd weil ich brauch Essen ich werde kräftiges anzunehmen so jetzt passt gar nichts mehr zusammen weil wenn wir uns gehen hier ist es perfekt oh jetzt kriegst du kräftiges Junge wer schaut denn da Youtube ja man ich guck was ja warum dann schön mal ja ich will oben bauen ja dann bauen oder ich hab doch heutige Zeit wo du ein Haus drin bauen kannst oder ja aber das ist langweilig ja dann bau halt woanders dann aber bau bitte in der Nähe ja ich bin auch ähm da bei denen in der Nähe ich möchte ähm oben bauen ja sehr gut ja schon wieder gewonnen echt Junge hat er denn keine Kopfhörer warum sind denn ein Zimmer überhaupt ja und deswegen sollte man immer ein Kondom benutzen genau er ist das Beispiel für Verhütungsmittel ich weiß gar nicht mal wie man einen Stift hält der ich glaube er auch nicht ne Klaas bau mir ne Hacke mich ist halt ganz erhetzelt rausgesteckt was er im Boot wie der ADHS Anfälle hat ja wow meine Spitzhacken sind auch teilweise weg und ich hab den Typen am Anfang noch gefeiert ich nicht früher im Battlefield war ganz lustig jetzt nicht mehr und wie findest du die PS5 ach ja also ich mag die PS5 was ich mag die PS5 des Design ich find's ganz in Ordnung aber ich find halt schwarz sollte sie sein naja ich mag das weiße eigentlich sogar ne Klaas jetzt bist du schon wieder einmal im Haus was machst denn du scheiße ist nicht in der Mülle wo ist back da so ein Block rum Patrick Edition voll of Bugs ne Klaas hm dann wird's bitte ein Haus bauen und nicht in meinem Haus rumgammeln ja aber ich möchte auch kreativ sein hä wir sind nicht kreativ wir sind alle überleben und außerdem haben wir unsere Häuser auch im Überleben gebaut ist so von dem her ja doch 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 das erkennt man in großen Mengen holzt sich mein Küsten ab und den wenigen Bäumen die noch im Wald stehen ja dann mache ich scheiße aus Erde jetzt ist mir absolut egal was im Haus jetzt nein wenn dann soll's schon gut aussehen wow gib dir halt einfach Mühe komm die Klasse du willst doch mal ein guter YouTuber werden oder so zum Haus bist du aber kein YouTuber und außerdem fehlt meine Hacke immer noch und warum ist hier scharf warum ist hier scharf doch Zombies nerven als Haar so ich bin mir jetzt nicht sicher was ich bauen soll ja bisher haben die noch haha ich glaube ich baue mich einfach mal weiter nach unten jetzt warte aber dafür wollen wir noch spitzern okay seid ihr auch alle schon dabei für den Horrorfilm nein ich wurde nicht mal gefragt ob ich da mitmachen ja wirst du da mitmachen ja natürlich wirst du da mitmachen nein wirst du nicht aber ich mach einfach mal was gut ja und was machen wir denn da ja das ist also eigentlich würde ich erstmal so ein also das Kopie von der aktuellen Mad da müssen wir ein bisschen Horrorstyle dran machen ja machen wir irgendeine Geschichte von hier zum Beispiel das da in einer abgelegenen Siedlung von typen am Steve gewohnt da der ist dann verrückt geworden ist verflucht worden also zu hier übern geworden klar war dann kommt zwei Kinder und die werden für die vergewaltigt und dann sind es totende wow du kannst doch ähm wie heißt das ähm also wenn ich halt rede ne dann könntest du auch so andere Stimme benutzen ja was ja auch immer ja ja kann aber das aber das muss auf PC oder ja aber ich effektiv geht ja nicht ja ich ziehe die Datei einfach von der PS4 auf dem Desktop aber warum hast du auch chefig überarbeitet ja wenn ich halt jetzt nur ein paar Szenen rausschneiden will warum sollte ich das extra auf dem PC jetzt und ich finde hier kein Essen alter jetzt gehe ich Fische am Morgen ja ich muss chefig die benutzen also muss ich zwar nicht aber ich tue nur halt ähm halt schneiden oh der ist auf der Sonne wird ne Angeleiter und Musik äh ja ja ich mach ich dann das auf Handy ganz ehrlich ich schneide meine Videos bei Share Factory zusammen den Rest macht äh der Freund meiner Schwester einfach auf dem PC weil es mein Cutter ist ich hab kein Cutter ich hab nen Cutter auf den ich echt stolz bin oh die Leiter reichen genau richtig ok wer geht für mich farmen und damit Diorit Niklas nein Niklas muss bestraft werden weil du nicht auf deinem Bruder aufgepasst hast äh boah ich geh jetzt angeln kein Bock mehr so ey jetzt hab bloß da ist in der Mühle ach scheiße ab nicht ich 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 Das war's. Du trinkst die Zahne nicht mehr. Alter. Du scheiß Gravy nervt mich. Echt? Ja. Okay. Oh, jetzt kommt was. Das kann nicht jeder. Der Gravy bleibt einfach über meiner Fackel. Alex, geh mal kurz mal ins Stream. Das musst du sehen. Okay. Okay. Ich bin drin. Schau ich's mal an. Ich bin drin. Jetzt werden wir das abbauen. Dann fällt's einfach los. Diorite! Das ist creepy. Hab ja aus. Theorie Diori Diori! Tho It Diori Diori... T initiate the essen王... Hat dein Bruder kein Headset, oder? Doch, klar. Ich soll es benutzen. Kannst dein Bruder mal sagen? Danke. Ok, wie streamen wir noch? Keine Ahnung. Oder machen wir dann einfach auf Stream noch ein bisschen weiter? Ja, also ich... Weil die Höhle hier möchte ich schon noch gerne ein bisschen fertig machen. Ja, kannst du auch machen. Dann würde ich sagen, also ich beende mein Stream und dann bewendige das und nehme ich schon mal die ersten Szenen. Hä, ernsthaft? Ja, aber halt auf der Map. Das sind jetzt keine großen Szenen, weil wir auch mal... also... ...wird quasi die Vorgeschichte. Nikias, bist du da? Ok, dann wäre ich... Ja, was hast du gesagt? Tschüss, Leute!